Willkommen Pilots to Flight Sim 21 News. Ich bin's, der JK und wenn du mich mit einem Abo unterstützen würdest, würde ich mich sehr freuen. Du bekommst dann Flight Sim News und vieles Wichtige wie Giveaway-Aktionen. Packen wir's, los geht der Flug. Cessna 140 für den guten X-Plane 11 released. Der Publisher NKD Designs hat jetzt seit Februar 2020 die Cessna 140 für X-Plane 11 auf den Markt gebracht. Der Entwickler hatte zuvor eine Columban Cree für denselben Simulator erstellt. Die Cessna C140 ist nach dem oben genannten Cree-Cree die zweite Ausführung von NK Designs des Flugzeugdesigns. Der Entwickler verfügt jedoch auch über Erfahrung in der Erstellung von F-Mod Sound Packages und Design von Landschaften. Nachher hat er zuvor die Standard für den Sound Package, die 747 und der Flughafen Brighton-Shoreham erstellt hat. Also der Publisher hat auf jeden Fall schon gute Erfahrung. Auf jeden Fall gibt es fette geile Futures, authentische Nachbildung der Cessna 140, dazu kommt ein hochwertiges 3D-Modell, durchgehend verwendete 4K-Texturen. Das finde ich richtig gut, denn wie gesagt, das verleiht dem Flugzeug auf jeden Fall einen enormen Realismus. Flugzeug nutzt natürlich auch PBR-Material im vollen Umfang mit schöner Lackierung. Des Weiteren ein schönes 3D-F-Mod Sound Packages, womit ihr den authentischen Sound der Cessna 140 in den Simulator bekommt. Des Weiteren gibt es mehrere Sounds auch für einzelne Schalterhebel, die auch für das F-Mod Package verantwortlich sind. Des Weiteren ist dieses Flugzeug auch natürlich erstmal FPS-freundlich programmiert worden und natürlich für alle VR-Piloten ist dieses Flugzeug auch selbstverständlich optimiert. Das Add-on kostet rund 20 US-Dollar im X-Plane Org-Store und da könnt ihr was tun. Staubsauger an, saugi, saugi. Staubsauger läuft. Origami Studios veröffentlicht Gatwick für X-Plane-Ever. Der erste Ausflug der Orgami Studios ist die Landschaftsdesign, ist jetzt mit ihrem Premiere-Projekt Gatwick-Epoch abgeschlossen auch. Das jetzt für X-Plane-Ever verfügbar ist. Das Team hatte zuvor die Scottish Aviation Bulldog als erstes Produkt herausgebracht. Also die Pilots, die beiden sind ziemlich neu. Also was heißt die beiden, also das Orgami Studio ist, sag ich mal, ein neuer Publisher. Neben diesen beiden konventionellen Projekten unterhalten die Entwickler der Marke auch Sim2Kill Pro Pilots. Das sollte ich vielleicht auch mal vorstellen, wenn ich denn endlich mal Zeit finde. Und das ist ihrer persönlicher Flugtracker, der kostenlos ist und der regelmäßig aktualisiert wird. Laut der Produktseite im Inibull Store haben die Orgami Studios bis ins kleinste Detail gearbeitet. Also Pilots as real as it gets. Um eine moderne Interpretation von Gatwick mit einer aktualisierten Konfiguration aus dem Jahre 2019 und 2020. Natürlich in 4K-PBR-Bondentexturen und beweglichem Bodenverkehr mit SAM-Kompetitivität, realistischer Beleuchtung und viele mehr für euch zu liefern. Oh ja, und damit ihr da landen könnt, ne Pilots. Es gibt auf jeden Fall hochwertige Bondentexturen, benutzerdefinierte 3D-Terminalgebäude, einschließlich komplexer, hochwertiger Wiedergabe des Nord- und Süd-Terminals. Nice! Pilots, Jake hat wieder gute Laune. Vielleicht zeige ich mich bald mal wieder in Real Life als echte Kamera. Ach Pilots, ich liebe euch. Es gibt auf jeden Fall animierte Lufttreppe durch natürlich SAM und optionales 3D-Gras. Schön Gras. Alles, alles auf Spaß. Der Download beträgt rund 1 GB und natürlich entpackt ist das Ganze rund 2 GB groß, kostet original 20 Pounds und kann man im Inni-Builds-Store saugen. Wer kennt die Publisher nicht? Dresiki Design hat jetzt was Neues veröffentlicht und zwar den Airport Tokyo Narita für Microsoft Flight Simulator. Dresiki Designs ist natürlich kein Unbekannter. Sie liefern hochwertige Landschaften für X-Plane, Pre-Pod 3D und jetzt neue Microsoft Flight Simulator. Der Tokyo Narita Airport mit seinem E-Car-Code Romeo-Juliet-Alpha-Alpha für Microsoft Flight Simulator ist natürlich kein kleiner. Diese folgt auf die Veröffentlichung derselben Szenerie für X-Plane 11 Ende Januar. Romeo-Juliet-Alpha-Alpha ist ein unglaublich geschäftiger Flughafen und gilt als der verkehrsreichste Flugplatz Japans. RIP-Flugplatz Airport Pilots natürlich. Auf dem Feld wird regelmäßig Verkehr von einigen der weltweit bekanntesten Fluggesellschaften für nationalen und internationalen rausgehauen. Und zwar die Anna. Dresiki Designs hat natürlich einen schönen Airport gezaubert. Er ist natürlich schön FPS-freundlich und bekommt schöne PBR-Texturen, dynamische Beleuchtung und vieles mehr. Also ihr bekommt hochwertiges 3D-Modell des Airports mit der aktuellen Version umfangreichen Details des gesamten Airports. Und da ist die Anna, Anna Airlines. Das Produkt wird automatisch zu Microsoft Flight Simulator hinzugefügt. Unser Installationsprogramm bietet Ihnen möglicherweise während der Installation zusätzliche Optionen nahele Funktionen, um verschiedene Optionen auszuwählen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr Orbe X-Produkte habt, die von Asobo natürlich auch kompatibel gemacht wird. Dieses Add-on kostet rund 20,32€. Über ein Abo von euch würde ich mich natürlich sehr freuen und einen Daumen nach oben. Und Pilots, was ich euch auch fragen möchte, wie findet ihr eigentlich meine Audioqualität? Daran habe ich ein wenig gearbeitet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao!